Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Heute spielen wir wieder mal auf dem Mineplex Server. Eine Runde, ähm, Dings in the Cuba, Born in the Cuba. Da geht's auch schon direkt los. Ähm, der Sinn des Spiels ist, äh, äh, so viel wie möglich Leute zu töten. Und wenn du einen Kill hast, dann kriegst du einen Pfeil. Und damit kannst du die Leute Brunnen shoppen. Es leckt jetzt ein bisschen bei mir. Ist ja auch ein relativ großer Server, deswegen. Ah, äh. Stirb! Stirb! So, dann geh ich mal zu denen, da geht grad Getümmel ab. Ist ja mal hinter mir drauf. Ah, jetzt hat er mich gekriegt. Äh, das lass ich mir nicht gefährden. Boah, wie die sich alle hin und her legen. Hm? Das machen wir mal. Mist, ich hab den Bogen nicht benutzt. Das war sehr schlau von mir. Mal hier. Oh. Da wollte ich einen coolen Kill machen. Er hat mir alles versaut. Und du auch. Komm mal. Oh. Oh. Okay, das war gut von ihm. Oh. 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 hat es nicht geklappt ich bin ich traurig der Verkloppt er hat mich mit der Forst verkloppt ich bin wie soll ich kein Fall auch zur Röderin okay dann sehen wir uns in der zweiten Runde wir sind jetzt in der zweiten Runde das liegt wie komme ich hier raus oh wie ist einfach nur ein Leck oh ich bin so schlecht ich gehe mal hier rauf wir haben sehen die ganzen Leute gesehen oh langsam nervt mich diese Kacklecks ruck 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 auch ruck 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 das Ding ist ruck kippen die jetzt alle wie er es leckt immer als so das sogar ohne Texturen platziert wo ich das mal hinschießen ich bin grad richtig schlecht ja genau Fleck so von hinten so so um um es liegt aber wirklich das und dann sind wir schon in der dritten Runde sind wir schon in der dritten Runde ich hab jetzt ein paar Optionen verändert und ich hoffe jetzt wird es besser zurück hat zwar geleckt aber ich hab trotzdem getroffen so 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 okay okay der so wesen die Ich sniper jetzt die Leute und guten Tag! Oh, dort! Rüssel! Ja, natürlich! Ja, es leckt schon wieder! Da wird! Geh weg! Aber man hat mich gerettet, sonst hat er nicht getötet! Ich mach jetzt mal eine Chance runter! Ganz weit rück! Hier! Genau! Wenn es daran lag, dann beiß ich mir jetzt in den Popo! Popo beißen, fühl die Meise! Fühl in die Masse schießen! Oh! Oh mein Gott! Ich bin so behinder... ...haha! Ach so! Es leckt also nur wenn es der Tötet wird! Hörn! Hörn! Wie einfach hier so rum springt wie so... wie so ein Kackpunerlich. Ihr seht nicht mal, wo die ist. Unter. Da soll die Gegner. Unter. Das war so schlecht. Oh, sie hat sich weggelebt. Ich hab sie trotzdem gekriegt. Ich bin der Progamer. Oh. Oh, der stirbt von hinten. Ich hab keinen getötet. Das ist alles absoluter Betrug. Alles Betrug, alles Betrug. Ja, okay. Das war's auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist eine positive Bewertung da. Und schreib mal was in die Kommentare. Ich schreib nie in die Kommentare. Okay. Ich lasse mal hoch, damit ihr seht, wie scheiße mein Computer sein kann. Und wie scheiße ich sein kann. Ich werde nichts aus die Lex schieben, aber... Lex sind schuld. Ähm, ja. Los, ja, verstehe nicht, dass ich so schlecht bin für die Lex. Tschüss. Tschüss. Tschüss.